Schaffst du das da? Kämpfratt, hier gehen ganz viele! Oh! Hallo Leute! Herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe! Wir haben ewig lang nicht mehr gespielt. Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Letztes Jahr, irgendwann im November, Oktober. Ja, das kann gut sein. Ihr wundert euch sicherlich nicht, warum wir hier sind. Denn ich denke, in der letzten Folge waren wir wahrscheinlich irgendwo draußen. Dann haben wir auch noch ein, zwei Stunden weiter gespielt. Eine Stunde. Das haben wir auch noch aufgenommen. Ich verstehe, du lachst doch einfach hoch, man. Da sind wir einfach so im Kreis gelaufen. Ja, nicht im Kreis gelaufen, wir haben erkundet. Ok, aber so viel ist dabei auch nicht passiert, dass man das unbedingt hochladen muss. Irgendwie denke ich jetzt, neuer Anfang ist einfach besser. Da ist auch nichts Schlimmes passiert. Wir haben einfach nur ein paar weitere Punkte gesammelt. Ja, ist cool, jetzt tschüss! So. Ah, der will unbedingt jetzt zocken. Ja, ich will zocken! Ach ja, dein Zimmer. Der gibt es wenigstens zu. So, nehmt euch eure Wertsachen mit, nehmt euch ein bisschen Leder, wir haben jetzt Backpack-Mod, nicht vergessen. Und für die, die es wissen wollen, ob ich gestorben bin, ja, ich bin gestorben. Ah, der hat mich getötet. Ja, dass du dich daran noch erinnerst. Ja, natürlich. So, habt ihr gehört? Macht euch Backpacks. Äh, wie macht man Backpacks? Äh, wie ne Kiste, nur aus Leder. Und woher haben wir Leder betrümmt? Kannst du auch verrottetes Fleisch? Du hast eben schon bei mir geplündert oder so, oder? Geht das nicht aus verrottetes Fleisch, oder war das nur bei Hexit dann? Was? Aus verrottetem Fleisch. Das war nur bei Hexit, das ist auch ne Mod. Weil nehmt euch alles mit, was ihr mitnehmen wollt. Gut, ich hab noch mal Geld. Du darfst das hier umziehen, oder was? Ja. Äh, wir wollten doch ne Wurk bohren. Ja, stimmt. Aber Juni, setz du mal ein Homepoint, damit wir auch die anderen Sachen abholen können. Warte mal, zwölf Leder, kann ich mir damit schon nen Rucksack machen? Ich hab gar keinen Leder. Wie macht man nen Rucksack? Ja, aus acht. Acht brauchst du. Jo, ein Rucksack. Jo, ein Rucksack. Jo, ein Rucksack. Ich hab ja noch die ganzen kleinen Beutel hier. Ich auch. Achja, Sneaken und dann Rechtsklick auf den Rucksack könnt ihr den umbenennen, ne? Das ist bescheid. So. Das kommt gut. So. Das ist erst mit dem ganzen Scheiß einfach hier. Ne, ich nehm noch ein paar Fackeln mit. Doch da ist so viel Scheiße drin, die ich noch im Moment habe. Oh, meine, aber ich falle. Nein, wir haben uns nicht vorgenommen. Erstmal bis in Gott nur zu suchen, weil wir wissen jetzt, wie wir Begleiter uns holen können. Also die uns dann begleiten, auf Pferden oder sonst was. Und das ist cool. Bett nehmen wir auch mit, ne? Ja klar. Ich sag mal mal Bett nehmen. Wo ist man Bett nehmen? Ich hab gar keine Sachen mehr, die ich rauchen kann. Ich hab gar keine Sachen mehr, die ich rauchen kann. Ich hab gar keine Sachen mehr. Doch, hab ich ja noch. Entschuldigung. Ich hab keine Sachen mehr. Ich hab die zwei Betten. Ich hab die zwei Betten. Joni auch. Nimm den Zwergenofen mit, ne? Nicht vergessen. Stimmt eine Spitzhacke wollen. Scheiß auf die Org Sachen hier. Joni, hast du noch grad eine Spitzhacke? Und den Teppich müssen wir natürlich mitnehmen. Ich hab jetzt hier noch eine, aber ich mach mir auch noch neue Sachen. Ja, kannst du mir nur grad hier den Hobbitofen und den Ding ins Ofen abbauen? Mach ich sofort. Eigentlich sollten wir mal Dias suchen. Ja, warum? Ja, für ein Verzauberungstisch und so weiter. Ja, vielleicht. Ich guck mal, was du hier noch so übrig lässt, was ich so mitnehmen könnte. Wer hat das Eisen da rausgebracht? Ah, ne Spitzhacke hast du hier noch, danke. Warum hast du das Eisen rausgebracht aus meinem Ofen? Das hab ich da auch reingetan, Jumata. Das hab ich eben erfahren, nur weil ich keinen Ofen hab, wäre ich zu dir gegangen. Dann brauch ich noch ne neue Spitzhacke. Okay, alle hat mir gerade meine Spitzhacke genommen. 1, 2, 1. Was ist da noch drin? Malum? Ne, dann scheiß ich doch drauf. Äh Joli, welche Schwierigkeit ist an? Friedlich. Ja, öö. Normal? Einfach oder normal? Ah, nee. Normal! Normal, Junge. Es ist ja schon so viel kaputt. Was ist? Ich hab ein Schwert, was schon bald kaputt geht. So, ich bin fertig. Ich hab alle meine Sachen gepackt. ich will auch fertig und mir fehlt noch was das mache ich eigentlich auch fertig und mir fehlt noch was er hatte ich nicht immer ein Schwert als Standort vielleicht ist er kaputt gegangen ich glaube schon ich auch noch heute wie handwerklich die Regel wenn man stirbt äh haben wir Pech gehabt haben wir doch dann zum Ende beschlossen und seitdem haben wir ja auch noch alles behalten weil mein Schwert ist bald kaputt ich meine bis auf Waffen da haben wir das wir haben gesagt wer stirbt hat Pech klar auch mit den Standortwaffen wer stirbt hat Pech haben wir gesagt nein gar nicht Torben hier ich geb dir ein Schwert ich hab grad keins hast du Wett? ich hab ein Schwert ach so hast du Wett? hat jemand noch 3 Eisen für mich? ja aber ich dachte mal so die Standortwaffen Juli bitte kannst du das gleich klären ich möchte eigentlich jetzt nur noch Hobbitofen wie 6 Stück noch ja cool ich bin grad voll auf Trab ich möchte nicht weiter gehen hier Torben ich hab den Wett mitgenommen Torben was? woher bedientst du dich? hm? was brauchst du dich diesmal? ach so ahne ist das müssen wir grad jemanden befreien ach hast du gesehen dass ich den eingegraben habe? ja ich glaub ich hab den hier unten eingegraben hallo ist er da? ja äh äh wir holen ihn sucht ihn weil getötet hab ich den nicht ne? eigentlich nicht woher ist der? jimbo alter ich bin ja auch dafür dass wir ihn nicht mehr wieder hinziehen ja wollen wir doch nicht hab ich den so? oh ne geil er geht ja schon steinlos oh hast du ihn? nö ich glaub den ich glaub der ist tot oder weg oder was soll immer entschuldigung so reich ist gut Joni dann lass uns weiterziehen Joni guck mal auf deine Karte und sag mal wo wir noch nicht waren und warte ich brauch grad noch 3 3 irgendwo noch Eisen irgendwer ok ich nehm noch Wein mit ob mit Ofen noch was zu futtern oh das nehm ich immer gerne mit oh ja hier Dinge jetzt müssen wir mitnehmen nen Fass weil ich weiß nicht wie man Bier macht aber gut weißt du jetzt? ja aus Weizen und Äpfeln kann man das auch machen dann kriegst du Ale oder so oh god ich war auf der ich war auf der offiziellen Seite brauchen wir doch den Dwarven Crafting Tarot kann ich damit was anderes craften? ja klar Zwergenwaffen ich mach mit Tom wir brauchen am besten auch den Dwarven Ofen oder? boah Joni nimm einfach alles mit ok? ja alles ist klar ich hab heute irgendwie so keine Ahnung eigentlich so gute Laune aber Joni pisst dich schon wieder an weil er inkompetent auf dich wirkt ja irgendwie schon oh Joni ich will nicht nur scheiße ich hab's hier zu warten jetzt komm endlich jetzt komm endlich hier ein Kleeblatt für dich wen interessiert jetzt komm ach ja mein Bogen sollte ich vielleicht ach ja mein Bogen jetzt komm endlich ich hab mein Bogen auch nicht mehr ich hab mein Bogen auch nicht mehr ich hab aber auch keine Falle weil wir suchen Gondor wir ziehen aus aus dem Hobbitland hier ist es viel zufriedlich ne? ja pipin so kommst du Joni sag mal Joni chillst du da noch ganz gemütlich an der Kiste nimm die Rüstung mit und tschüss die muss schon beugen so tschüss juhu geht doch so jetzt komm du alter Zwerg alter so jetzt guck mal bitte auf deine Karte in welche Richtung wir noch nicht erkundet haben also wir könnten jetzt lass mich gucken ok wir gehen rechts dein rechts also du guckst nach rechts ich will eher nach links ich will eher nach Westen wo? zeig mal auf der Dacke nach Westen hier da ja ich seh das grad schlecht so wie ich grade gehe äh nein so gehen wir nach oh da sieht's schick aus da gehen wir hin äh das ist ein Zwergenbiomi da waren wir doch auch ja da waren wir schon sehr lange ne ja ist gut müssen wir einen Fluss da hinten überqueren ja wir gehen einfach jetzt die ganze Zeit grad aus wir haben genug Essen dabei ja aber äh das haben wir schon alles davor ja aber wir werden ja irgendwann an eine Stelle kommen wo wir halt noch nicht waren weil jetzt rennen wir einfach also nach Westen ging schnell aber nach Osten ist auch noch ok und hier ist ein Pferd ich möchte mir irgendwann wenn wir uns sesshaft gemacht haben ein Pferd holen alter dafür müssten wir Rohan finden die haben immer Pferde im Angebot auch mit ähm mit dem Sattel direkt ja sicher dass wir hier hoch wollen ich mein wir können ja einfach durchlaufen oh der wird grad nicht sein bisher Ali möchte aber Abenteuer erleben ja klar er ist ein echter Hobbit Joni fand ja dass das P hier am langweiligsten ist ich muss sagen das was wir bisher gemacht haben diese lange Reise die fand ich sehr langweilig deswegen weil du langweiligst ja nicht wartet da wird mir grad irgendwas angezeigt was denn ah ne das ist ein Hobbit-Tabler da war doch schon egal Oh Orks die hab ich noch voll vergessen wenn wir jetzt ins Neuland gehen müssen äh wollen dann müssen wir da wo Torben hoch ist Hilfe soll es da bei Torben hoch Hilfe 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 ich muss grad mal was essen doch Mann Torben okay ich war mir nicht sicher dass wir mit Waffen gesagt haben dass man den mal wieder bekommt nein wir haben gesagt ab jetzt haben wir das geändert nein wir haben das mit Rüstung gemacht äh äh generell und selbst wenn wir haben jetzt alle unsere Waffen und sind zufrieden ne gut Entschuldigung Entschuldigung aber mit Torben ist es halt blöd bei Torben sein ja dann startet ich nämlich nie wieder ja also wenn wir jetzt über den Berg drüber sind dann sind wir in den neuen Bereich wo wir vorher noch nicht waren genau die Kasse liegt jetzt auch schon neu Torben ist auch da gut also man muss ja sagen es gibt glaube ich keinen Mod in letzter Zeit die so viele neue Sachen hinzufügt also wenn die auf 1.7 wenn die auf 1.7 hier geupdatet wird dann geht es aber glaube ich ab also die posten auf der Facebookseite jeden Tag drei neue Bilder von neuen Biogen neuen Gegnern und so das ist richtig geil das freut mich mal richtig das freut mich mal richtig hab ich richtig Vorfreude und ich hab auch noch mal ein bisschen im Singleplayer gespielt ich weiß jetzt auch nicht ich weiß jetzt auch nicht schnell wieder essen wenn du L drückst dann geh mal auf Capes wenn wir plus 1.000 haben dann kriegen wir so einen Cape das ist geil muss ich erstmal finden ja drück L und dann drückst du an der Seite rechts auf den Pfeil ich würde auf Cape gehen ja jetzt auf Capes drücken Juni 1.000 1.000 1.000 oder minus 1.000 oder was da noch alles gibt was muss man dafür haben What's in verstehe ich auch nicht mit irgendeiner Frucht da müssen wir einmal den ersten Platz im Elfen Baukontest gewinnen ja das kenne ich glaub ich zumindest ja ich weiß es gibt auch für Gondor wo geht zum Baukontest halt ja die machen das jeden Monat also so äh Montagsmal ja ja dann gibt es echt Leute die kriegen dann diesen Cape wenn sie spielen oder dieses Cape oh das wäre der Bombenleger stimmt oder unten ist ein Dingenswerder was eine Zwergmine wäre da unten ja aber da geh ich nochmal rein glaub ich auch kein Bock mehr wow was geht hier denn ab mit einer dicke Schlacht boah ich muss alle zwei Sekunden essen ich auch das geht mir auch voll auf so ich muss auch sehr auf essen super ich hatte ein Pfeil oh du scheiß Bombenleger ich hoffe du stehst selber an deiner scheißbombe tun sie nicht hier unten fuck da fehlt Ali wo bist du? hier unten im Tal schaffst du das da? eigentlich war ein Kämpfer auf hier gegen ganz viele da oh anstatt mir zu ach geh ich wollte grad sagen anstatt mir zu helfen Torben hilft ich hab freundlich mit meinem Bogen getroffen ist er auch noch unterkommen? ja wer nett danke Torben das Gift fuck ich bin vergiftet danke danke oh orkischer Dinge jetzt hier ich find einfach geil wie geil hier diese Landschaften regeneriert sind oder? find ihr nicht? schaut schon sehr schneeke aus boah hier sind wieder einige und das war auch Hauptbestandteil von den letzten Verfolgen die ihr nicht zu ja Joni aber so wird es auch weiter gehen ja oh 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 man ich hab sehr Bock vorsichtig Gift man der ist schlimmer oh hier sind zu viele jetzt alter oh Joni hat ganz schön beef gerade oh oh 92 schön ein bisschen zum Metzeln oh nirgendwo macht das Metzeln so Spaß wie bei der Hellerie oh Gott sollen wir jetzt mal weiter in die Richtung? ja gehen wir doch gerade Joni Alter das war meiner ich hab mir die Hälfte mal filmt gekostet oh der ist gestorben und falsch an boah sag mal warum haben wir so viel Hunger ey liegt das daran weil ich die ganze Zeit nur Salat esse oder was? nee aber ich muss auch Salat ich ess die ganze Zeit sogar Fleisch aber kann ich oben aus der Karte rauszoomen eigentlich? ja wie denn? mit dem Mausrad achso oben wenn ich die Karte öffne alt ich muss gerade mal schön hier Dinger zu füllen ich hab ein Bier ich glaub teilweise wärs auch geil mal bei den Gegnern zu sein was? auf der bösen Seite nee da findest du keine Gegner alter nein Bombeleger Schaumlauf also ich hab ich der einzigartig sinnlose Gemetzel riecht ihn mal? boah ich will hier sehr 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 fressen von den Szenen oben die ganze Zeit schneiden oh leger der dreckige dreckige Delta was kann ich immer nicht sagen ich geh ein bisschen öff in die Defensive ich geh ein bisschen öff in die Defensive Ich geh ein bisschen öff in die Defensive